Willkommen zurück zu Schlachtung mit LL2 ADH. Regenkrieg. Genau. Fünfter Part. Ja. Wird schon stimmt. Irgendwann hier stehen geblieben. Rückflugsphase. So, jetzt ziehen sie hier ein Part zurück. Wir nicht. Ziehen ein paar einen Schwanz ein. Mhm. Möchtest du nix sagen, aber... Mhm. Naja. So. Okay, dann... Oder am besten gleich eine Festmühle rein unten beim Saruman. Das mache ich immer so mittlerweile. Ja, wenn du drei Felssachen hast, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Das ist ne klare Sache. So. Wir haben zwei Minuten hier einen Fasentimer. Genau. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen was ausgeben. Eine biese Wase ausgeben. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So ein kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen. Weißen. Nicht viel, nur so ein kleines bisschen. Schaut, dass man besser kann ich aufhören können. Na. Schade, dass ich meine Trolle nicht verbessern kann. Das wäre ja mal brutal. Tu, wie marschieren wir denn jetzt weiter? Was hat denn der... Äh, wollen wir da unten weiterkämpfen oder nicht? Ne, warte mal erstmal ein bisschen hier ein paar ein... Lass ein paar Einheiten mal rein marschieren zur Sicherheit. Oder? Da unten? Ich hab ja Einheiten da. Ja, ich weiß nicht. Lass mich erst mal stehen, okay? Ja, hätte ich jetzt aber drauf gesagt. Ja, wir bleiben mal so, wie wir sind. Oh, größer kann ich die Reserve an mir gar nicht machen. Ich kann hier gar nicht weiterlatschen, weil hier einfach viel zu wenig ausgebildet wird. So ein Scheißdreck. So ein Scheißdreck. So eine Frechheit, so eine Frechheit. Äh, mach mal hier unten weiter. Schlangenzunge und deine gegen die da. Hier unten. Wo? Hier. Können wir machen, du lässt die Einheiten ja da drin, ne? Ja, sowieso. Kann ich ja. Und hier mal noch was zur Sicherheit hin. Schau her, mein Lutz schick ich noch da hin. Dass es so nicht reinlatscht. Versteh ich nicht. War klar. Gut, dann fasst es. Eins, null. Ja, die kann ich da nicht reinschicken. Schön, dass der Phasentimer da ist, gell, Tommy? Ja, das ist so. Es war klar, dass er da hinlatscht. Es war klar, dass er da hinlatscht. Es war klar, dass er da hinlatscht. Okay. Machen wir Echtzeit, oder? Wird lustig. Lustig, lustig. Tralalalala. Naja, fast. Es hat ungefähr gepasst. Ja. Bisher läuft es, muss ich sagen, ziemlich gut im Ringkrieg. Also wir haben da, glaube ich, noch kein einziges Match verloren, ne? Also selbstgespielt ist nein. Automatisch, glaube ich, auch nicht. Nur Rückzug hast du immer haben müssen bisher. Hätte ich sogar gar nicht machen müssen, glaube ich. Aber ja. Prinzipiell haben wir noch nichts verloren, ne. Ja, also ich glaube, wir sind noch am Pfad des Gewinns. Los geht's. Äh, ja, geringfügig, aber machen sie voll fertig. Naja, voll fertig ist nur nicht ganz, würde ich sagen, weil... Doch, doch. Mann, Mann. Ja, jetzt halt mal 64 Ringpunkte. Was? 64 Ringpunkte. 62. Wann hast du jetzt wieder so viel? Ja, ich weiß es nicht, wovon es abhängt. Ich verstehe es aber nicht ganz. Jetzt gehört das Gebäude und machen wir uns gleich. Ja. Mega. Schock genug. Lass die Waage los. Die Waage behauptung. Ihr müsst mir vertragen. Was ist für ein Lands auch abhängt. jetzt woher hat wir kommen nur her du aber er hat sich verschwächt ja das kann ich sagen es schon zu wie die Kräberin wäre egal das macht relativ keinen Unterschied so geil die Aufnahmen um ja das war die Gegner Troll versus weiter ist gleich versaut um Gottes Willen was nennt das für ja du hast ja gesagt Pornofilm ja hallo hallo ja mit Tieren Alter was ist mit dir kaputt ja du hast doch gesagt mit Trollen ja ja das macht's mal put die Nerven jetzt kommt mit mir breiter Isen was das was soll wissen doch und zu den Teil dieser Fälle 4 ich glaube nämlich dass so ist dass du immer die ziemlich genau zwei Level aufsteigen kannst dann wird es gedrosselt mit dem EP sammeln ich kenne eine Ahnung so ist es glaube ich wir müssen gehen ich hätte so ist der Lappen jetzt da das war es habe ich gefunden wir müssen gehen und 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 vorwärts vorwärts immer weiter ja oh sie sind ja 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 die 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 das Problem ist er machte auch die Landsteller es ist mir egal ist mir egal die 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 Achtung der ist recht der kleine der kleine Stimmte ich kann ihn nicht anklicken das ist es ist zu brutal aus der Schöne Mann Wum 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 Trolle von dir ist tot möchte ich ja mal ja du kannst du auf die Trolle machen oder wo ja klar wo kannst du die denn machen ich hab's bilden in der normalen Kaserne das ist böse das ist richtig böse ich kann jede Runde 5,6 Trolle ausbilden also auf der Weltkarte es muss es ist richtig böse oh mach den ich erwarte mach den Mann kaputt aber natürlich er ist nur zwei Feinde ja er ist noch das ist ein Stumpf ey ja was komm hilf mir dann mach meinen Schmerz und kaputt ich mach ja schon ich komm ja schon Mann ist schon Stress hier ja die Hose die macht sie das hat er hat das hat mein Morderlied wird angegriffen Naja, gleich nicht mehr. Oh, du Drecksau. Spinnst du, hä? Ich muss das auch mal... Du bleibst nicht zurück. Die Mogipoid. Geil. Also ich find's ja gar nicht... Gegen Bogenschützen sind die Reiter am besten irgendwie. Ja. Boah, so reißel. Jetzt hat er noch Hobbits. Egal. Das ist schon spielst du. Was? Das war schon geil. Hier war grad so, äh, ne Gruppe... Die war ja oben ne Gruppe von diesen Lanzträgern, ja. Einen Troll nimmt zu seiner Keule, bumm, und der eine fliegt so richtig schön weit. Achso. Mh, richtig geil. Rödo, spinne! Die spinnt ja wohl ein bisschen, ja. Den macht mir Troll kaputt, und der Troll dreht sich rum und schlägt sie alle nieder. Mh, mh, mh. Ich hab grad ein Problem, weil er scheiß Hobbits hat. Mh, und die Lanzträger. Ihr müsst dir vertrauen. Die Farbe sind unriss. Reiter, Fett, 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 Fett. Das kommt immer wieder. Hihihihi, bumm. Hihihihi, bumm. Hihihihi, ohhh. Hihihihi, ohhh. Beschäftige noch ein bisschen, dann mach ich ja alles kaputt. Hey, da oben wird angegriffen. Hepp, 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 da oben wird ein Spätzung angegriffen. Ja, irgendwo da, ganz um. Was denn? Aufgestiegen. Die Strixer. Hehehehe, lach nicht so blöd. Hihihihi. Ist doch wahr, wie er lacht. Heyhihihi. Also, meine eigenen Tunländer. Bünz. Nice. Der Troll haut einmal auf die Hobbits drauf und Benz. Hilfe. Ja, ja, ja. Dann zieht du dich auch zurück. Mensch, Mann. Mach dich kaputt. Ja, okay, ich geh zurück. Nicht reinrennen. Spinnst ja wohl, hey. Das nervt mich ein bisschen anfreulich. So dämlich. Ja, ist nur Trolle, oder? Ja, voll mega dämlich. Subidupi dämlich. So. Warum ist das nicht kaputt? Oh, die Scheiß-Hoppe-Zettison so stark, hey. Oh, ich weiß noch. Ja. Ihr Deppen reizt sich doch ernsthaft in die... Oh, Mann. Die jetzt ernsthaft in die Leute reingeritten, in die Landsträger. Uh, gewonnen. Ja. Die Trolle sind so pervers. Ich brauche doch nur eine Trolle. Kennst du das eigentlich, wenn Schlangenzungen gestirbt? Dann gibt es mal einen Satz. Schlangenzungen ist gestorben. Sammelt ihn ein. So geil. Diesen Gläs kann ich nicht. So geil. Diesen Gläs kann ich nicht. Sammelt ihn ein. Ich sammelt ihn ein. So, wollen wir den schon wieder zusammenkleistern. Ja. So geil. In Erebor... Nee, kann ich nur nicht. Belfalas. Belfalas ist das nächste. Boah, das ist ein bisschen. Echt? Ja, gut. Der Zwerg ist halt stark. Der Zwerg ist halt stark. Echtzeit. Ich habe eh die Priorität auf Echtzeit gestellt. Falls einer mal auf Mathematisch drückt, wird Echtzeit gewählt. Geil. Finde ich aber komisch. Die Übersetzung, wenn man weiß, da einmal heißt RTS für Realtime, ja? Und einmal heißt EZS für Echtzeit. Ja, genau. Verstehe ich nicht, warum... Einmal übersetzt, einmal nicht. Ja, und das verwirrt irgendwie, finde ich. Das hat mich am letzten Mal schon verwirrt. Verwirrt. Mit Öl. Oh, ich bin jetzt laaaad. Nein, ich lade nicht. Alter, was für Einheiten? Wie viele Einheiten das sind? Glück mich auf Alten. Weil da so viele Einheiten sind. Was ist denn? Hast du was? Ich glaub, der kriegt noch Heurekram. Ich sache und sie schenken. Aux, Wir müssen sie demütigen. Ja, da haben wir auch gesagt. Kann ich eigentlich den Ulifanten? Nee, der ist das schon über 2. Das ist schon pervers, was ich hier hab. Wer feiert reikt uns aus! Das neue Gebäude ist fertig. Ich dachte, wir sind fertig. Macht dich nützen. Das ist schon pervers irgendwie. Niemand kann uns trotzdem. Schaut, dass ich Sauer mal nicht selber erwähnen kann mit seiner Macht der Sprache. Äh, ja. Das wär bestimmt lustig. Alles Rohstoffe, was man hier kassieren kann. Sauberat. Geh hier! Wer soll transformieren, meine Diener? Komm, meine Diener! Achso, der, stimmt, ja. Oh, 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 komm! Da ist Sauer mal ein Scheißdreck dagegen. Warum ist ein Baumeister schon mal kaputt? Der Zweite. Ich find, Karbon ist schon, ist schon... Bums, aufgemutzt. ...is irgendwie OP. General Deal. Dafür ist er übelst anfällig gegen Pfeile. Die Nasenbärm. So, jetzt kommen wir mal hin. Wie wär's, wenn du mir mal hilfst hier? Wobei, denn... Ja, du kannst doch mitkämpfen. Wo kämpfst du denn? Achso, da oben. Ja, ja, ja. Ich helf dir, ich mach die Baumeister. Vereilt euch! Nein! Nein! Ein Feind wurde vernichtet, ja? Durch die Baumeister. Sauerneis, gell? Euter, der nervt mich. Niemand widersetzt sich der Stimme Saruman. Meine! Scheiß Legolas, ne? Das ist nicht Legolas, das ist Franduil. Das ist egal. Der nervt mich trotzdem. Ha, das ist gut. Ist hier noch was über? Attacke! Wir müssen die Wälder schütteln. Hey, manchmal ist das so, dass du von Saruman die Leute übernimmst, ja? Komplett. Hm. Wenn der mir gehört, für echt. Für immer. Das wäre lustig, auf der Karte dann meist mit Elben rumlaufen, obwohl mir Isengard ist. Hm. Sind die... Sind die Elben nicht eigentlich... Sind die Uruk-Kai nicht geknechtete Elben oder sowas? Nein, die Orks sind geknechtete Elben und Oruk-Kai sind in der Mischung aus diesen Bilvis-Menschen und den Orks. Orks, genau. Los, geh auf die... Nichts wird uns aufhalten. Du schreit... Es hast gerade dein Ding gemacht und deinen Schrei. Ich weiß. Ja. Das neue Gebäude ist fertig. Die Entwürzung. Oh, nicht mal drei... Nicht mal drei Minuten. Sehr schön. Aber sagen wir mal in Level 6, deswegen gefällt mir. Voll der Billow-Krieg. Also aufgestiegen? Also einmal aufgestiegen, ja. Ich glaube, Karol ist nicht aufgestiegen. Äh, wo haben jetzt noch eine Schlacht? Du hast eine Schlacht. Ja, ich habe drei, glaube ich. Da. Braune Lande. Schau mal, das dürfte ich aber gewinnen, weil das nur ein Held. Hey, hey, nix verloren. Warum kann ich den nicht spielen? Was? Braune Lande. Dauert noch. Achso, haben wir noch eine gemeinsame... Ne, ich hab nur ein paar einzelne hin und darum... Ja, aber warum kann ich meine nicht spielen? Hat ja nix mit dir zu tun. Das weiß ich auch nicht so ganz. Das dürfte ich aber auch gewinnen. Geil. Ja. Tens. Ja gut, meine sind auch aufgenabelt, gell? Ja, trotzdem. Blüsterweig noch. Äh, äh, das dürfte ich vielleicht gewinnen. Gut, ich hab halt meine Verteidigung. Okay. Die vielleicht gewinnen. Ja, wenn ich so angreifen würde, dann würde ich... Weiß ich nicht ganz, ob ich das gewinnen würde. So, jetzt kann ich meine Schlacht da machen. Jetzt kannst du deine machen. Äh, ja, das gewinne ich. Äh, es ist... Es befindet sich hier. Sehr schwach. Bünds. Ist weg. For the BN, oder? Gut, die. Sieht bei Rome 2 jetzt auch gar nicht schlecht aus. Das ist ja von Total War von der Reihe. Mhm. Wenn da die Armeen besiegt werden... Die haben ja immer Armeeführer, ja? So wie ja auch quasi den Hexenkönig. Führer? Und die kämpfen dann auch. Und wenn der Verlierer hat, wird dann zur Zeit auch abgestochen. Ja, ja. Harter Scheiß. Richtig nice, ja. Wird da einfach abgestochen. Saugeil, ne? Naja, so toll ist das nicht. Alter, das ist aber aufs Maul. Aufs Maul. Alter! Ich hab... Meine ganzen Helden sind voll. Na, du Knecht. Meine nicht. Nee, du Knecht. Da mein' ich auch. Kitschie Knechti. Das gibt... Ich weiß nicht, das ist... Das ist, glaube ich, bei einem Priester oder sowas von den... So Gott. Nee, nee, von den... Wie heißt's denn? Von Empire Earth. Und anklickst. Kitschie Knechti. Äh, ja, das gibt's ja. Das stimmt. Das ist so bescheuert. Das ist so, wenn wir hier mal, äh, bisschen was aufbauen, aufpowern hier. Mehr Energie. Ich kann ja gar nix. Stimmt. Halt's Maul. Ich hab hier lauter Einheit, aber ich kann's nicht vorschicken, weißt? Weißt? Nein. Gut, äh, wie werde ich das machen? Ich werde... Hier reinlotschen. Und... Hier reinlotschen. Genau. Äh, sonst noch was? Nein. Und noch? Nix, gell? Passt so. Wo ist mein... Schlangenzunge? Lass mal da. Nee, ich geh da hin. Bleibst du mit... Du bleibst mit deinem Helden, da, gell? Da oben. Ja, ich bewege da oben grad nix. Ich könnte eigentlich nach rechts gehen. So, ist gut. Mann, ist das nicht mein... Trara. Nein, nee. Äh, was meinst du? Ich glaub, das gewinn ich. Rückzug. Uh, scheiß, Rückzug. Wird knapp. Doch ziemlich lang durchgehalten. Was? Hm, Frechheit. Schon, gell? Absolute Frechheit. So eine Frechheit. Ui. So eine Frechheit. Oh, wo ist denn das? Ähm, ich fahr' mich zurückziehen. So, jetzt hab' ich hier, glaub' ich, noch was, oder? Hab' ich keine Schlacht? Du hast gar nix. Warum nicht? Ist halt so. Ach, der hat sich da unten verpisst, deswegen. Spinn der denn? Hallo. Ich will dir doch nur ficken. Äh, was machen wir jetzt hier unten? Geh mal auf gegen den Brand, oder was? Gegen den Brandmeister. Komm, wir machen, ja. Dann muss noch umgehen. Wo der Brand ist. Der Brandmeister. Schick mal hier von Helms Klamm etwas nach, hier, in diese Einheit hier oben rein. Hier. Ja, Moment. Hier, weil der steht hier mit drei Helden, das ist gefährlich. Ich kann da nicht mehr reinschicken. Wieso? Okay, doch. Bist ein fetter Lügner. Ich gar nicht. Ich kann mich mal voll am Bein kratzen. Ach so. Ach so, ja. Genau. Hä? Hä? Was denn? Ja. Ich würde eine Einheit verloren haben. Na gut, ist ja mal stimmt. Oh, nice. Nein, halt. Ich mach das jetzt so. Ne. So, so, so. Äh, geh mal hier hin. Schau her. Mit Lurz hier hin. Gegen den... Tübi da. Ja. Und schau, dass du hier mit deinem Hexenkönig nach unten... Äh, ist auch scheiße. Schau her, latsch du mit deinem Hexenkönig hier unten hin. Da rein? Ja. Weil ich hab hier Einheiten reingeschickt. Hab ich auch überlegt, ja. Und dann latsch... Und dann kannst du noch mit... Ähm... Hab ich schon bewegt. Dann genau deinen Goffmock nach unten latschen, da wo der Hexenkönig stand. Zur Sicherheit. Soll ich nicht hier angreifen? Doch, aber nicht mit allen. Goffmock hier unten stehen. Nee, ich mein, ich kann ja mit dem Goffmock auch da hingehen. Das wird gefährlich. Weil wenn du da rein latschen hast, musst du dich zurückziehen. So lieber sichern. Na gut, dann mach ich das so. Also würd ich jetzt sagen. Scheiße, jetzt wollte ich gar nicht recht klicken. Nein, das ist mir stimmt. Ja, das ist mir stimmt. Die zwei Minuten sind doch ein bisschen knapp, irgendwie. Wo ist er da? Unten. Ah, da. Äh, haben muss man seinen Cut machen oder nicht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Dann setzen wir mal einen Cut. Dann machen wir mal einen Cut. Bis dann. Einfach mal. Ja. Bis dann. Tschüss.